Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ich habe jetzt die paar Minuten eben gewartet, bis das mit dem Schlafen endlich möglich war. Bevor ich diese Aufnahme hier starte. Okay. Keine Ahnung, was damit jetzt los war, aber... Kann ich den jetzt essen? Nee, kann ich jetzt nicht. Aber egal, wir nehmen den Hasen. Wir kochen uns den mal. So. Und dann gehen wir rüber und holen uns mal das letzte Hasenfeld, das uns noch fehlt. Boah, der Wind ist aber gerade stark. Der Wind ist gerade sehr, sehr stark, finde ich. So, der muss jetzt gleich fertig sein. Ja. Sonst kann ich hier nichts mehr draufpacken, ne? Ich habe kein Fleisch mehr. Beziehungsweise würde ich sagen, wir gehen auch noch einmal ganz schnell nach oben. und trinken eben was. So, der funktioniert jetzt wieder. Ja. Wir haben nichts mehr zu trinken. Hat auch lange nicht mehr geregnet, fällt mir gerade so ein. Nach unten gibt es noch was. Ne, der ist auch leer. Ausgetrocknet. Ah, dann muss ich hiervon was trinken. Charé. Charé, Charé. So. Aber. Kombinieren mit... Das hatte 5. Big Gold's Rank Ability. Oder was? Was? Achso, Kassette 5 ist das, was die... Okay. Ja. Hasenfell haben wir ja 2. Aber wir haben aber keine Seile mehr. Brauchen wir den hier gleich noch. So, und da vorne müsste auch langsam der Wald komplett nachwachsen. So oft wie wir jetzt, äh, keine Bäume mehr gefällt haben. Oh, da ist schon der Hai. Wäre schön, wenn wir den jetzt endlich mal auf eine Liste kriegen. Ähm. Nein. Neues Tier entdeckt. Jetzt müssten wir den noch endlich in der Liste haben. Hier. Äh. Flora, Tiere. Da. Ne, doch nicht hier. Nicht hier. Da. Den haben... Jetzt haben wir alle Fische. Den haben wir jetzt endlich auf der Liste. Endlich. Endlich haben wir es geschafft. Ich hoffe nur Thrombosen... Nein, nicht Thrombosen, sondern hier. Äh, Galoppelhainz und Muschiklau sind mir da. Auf eine direkte Konfrontation mit denen wäre jetzt so, äh, ein bisschen ungeil, weil das viel Zeit wieder kosten wird. Die ich jetzt sinnvoll für die Hasenjagd investieren könnte. Und vielleicht sogar auch noch ein paar Bäume fällen. Obwohl die Bäume fällen müsste jetzt deutlich schneller gehen, da wir jetzt die Kettensäge haben. Aber ein Hasenfeld fehlt uns noch und den will ich jetzt sammeln. Und sobald wir den haben, können wir dann direkt los. Und, äh, hier. Bäume und Sticky sammeln. Ich glaube, ich gehe schon mal jetzt auf die... Auf den Bogen. Auf die Jagd. So. Ist das einer? Oder ist das nur Gras? Ja, das ist nur Gras. Aber da vorne gibt es ja oft welche. Ich glaube, es macht auch am meisten Sinn, wenn wir da die sammeln, jagen gehen. Die Hasen. Da haben wir einen. Und erwischt. Nice. Und hier müsste es wieder Seil geben irgendwo. Oder vielleicht auch nicht. Hm. Joa. So, dann haben wir den. Für Hasen... Wie viel brauchen wir zwei Seile? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Joa. Joa. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und. Erhöht die Tarnung. Haben wir die jetzt an? Joa, wir haben die auch noch an. Nice. Dann würde ich sagen, da wir die Hasenfälle jetzt haben. Oder warte. Ach, kann ich jetzt nichts sehen. Kann ich jetzt leider nichts sehen, wie viel wir an Hasenfälle für die Winterrüstung brauchen. Oder den Schneeanzug besser gesagt. Okay. Aber warte mal. Wenn wir... Ne? Hier auf Statistik gehen. Äh, Kälteschutz 20. Tarnung okay, null. Aber Kälteschutz haben wir schon mal ein bisschen wat. Geistige Gesundheit bei... Okay, die sind nur an mir vorbeigelaufen. So, dann schauen wir mal, wie schnell es mit der Kettensäge geht. So. 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 Okay. Oh, yeah, I'm on. Yeah. So, dann gehen wir mir erst mal wieder da drauf. Flickies brauchen wir auch. Ja, geil. So, dann bringen wir die hier schon mal weg. So, dann machen wir die erst mal da rein. Die bleiben noch alle da hinten, die Bäume. Sonst, äh, die spawnen nicht. Aber dürfte jetzt eigentlich nicht sein, dass die alle verschwinden oder so. Na, da stehen die alle noch. Steine. Oh, haben wir die Steine nicht abgelegt. Wir könnten aber auch mal auf, äh, Wildschweinjagd gehen. Und mal schauen, wo die zu finden gibt's. Den Wildschwein brauchen wir ja auch ein bisschen was an Fell. Ich hör da was. Ja, natürlich. Der ist wieder da. Na klar, dass du wieder da bist, Kollege. Oh, schmeißt du mich direkt ins Wasser. Warte. Wir wechseln mal hier drauf. Aua, Arschloch. Na, da. Wo ist... Oh. Ich komme genau von hinten. Na, du baust dich nicht auf. Hey, mein Boot. So baut er sich unter meinem Boot wieder auf. Komm her. Komm lieber hier hin. Na, den hat er kaputt gemacht. Warum ist er jetzt da hinten? Äh. So mein... Oh. Wenn er so groß ist, gefällt's mir nicht. Okay. Na, wasst du das? Oh. 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 So, wo ist denn der Rest von dem? Da. Ja, zwei Rüstungsteile kaputt gemacht, aber ist jetzt auch egal. Jetzt muss ich den wieder irgendwie zu mir kriegen. So. Schieb mir den hier einfach weg. So, dann. Den hat er kaputt gemacht. Toll. Der kommt auch in letzter Zeit immer häufiger. So, der muss jetzt auch fertig sein. Ja. Äh, warte. Den Wagen muss ich auch nur wieder mitnehmen. Zou. 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 Nein. Hier werden keine Tieren, äh, verletzt. Ganz human, was ich hier mache. Zou. 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 ich würde sagen wir wechseln wie ein falscher ax wieder hier drauf und fahren damit noch mal zurück so die sonne geht auch schon unter so A, warte, die Stöcker. Sieh auch noch. Oh, den Stöcki. Ich hoffe nur, es kommt jetzt nicht nochmal so einer. No? Das ist doch ich glaube was Baumstämme angeht habe ich jetzt diesmal ein bisschen zu viel gefällt mehr als ich brauche aber den Rest kann ich ja im Wagen lassen im Grunde fehlt mir nur noch einer so die Sonne geht auch schon unter das ist der letzte so meiner Meinung nach kann es langsam auch mal wieder regnen mal ein paar Stickies sammeln immerhin gibt es da jetzt wieder Knochen ich gehe schon mal hier hin meinetwegen kämpfe ich auch die ganze Nacht gegen die so da schon mal die erste so die erste wo sind der Rest alles klar gibt aber wenigstens wieder einen Schädel so so da kommt mir auch schon komisch vor dass ich die hier gar nicht mehr sehe und wieder abgehauen so 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 wie wir glauben für Stickies wäre das hier sinnvoller so 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 3 wo 3 brauchen wir noch sind wir voll jetzt jetzt sind wir voll die werde ich jetzt nicht wieder aufbauen jetzt brauchen wir nur wieder drei da sein und jetzt können wir von japan bevor die drei die gerade abgehauen sind noch jonas musiklaus oder gloppeleins her holen so wir haben durst und hunger wir haben ja noch genug fleisch hier den können aber nicht wieder abreißen das heißt wir müssen drüben essen trinken können wir ja noch hier da gefällt mir jetzt gar nicht dass wieder lange nicht mehr geregnet hat so 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 also übrigens in der in der letzten folge habe ich sogar noch mal die baupläne da auf blau gestellt weil mir persönlich die blaue farbe am meisten gefällt ich in der zeit wo ich diese folge aufnehmen weiß ich ja noch nicht wie ihr euch entschieden habt weil ich glaube ich hatte darauf in der folge eine folge gefragt haben so welche farbe euch am besten gefällt aber in der zeit wo ich das hier aufnehmen war ja diese folge wo ich das euch gefragt habe weil selber noch nicht online aber dachte ich mir ich mache das jetzt erst einmal auf blau bis bis ich weiß welche farbe euch gefällt wir können ja auch immer mal wieder so hin und wieder zwischendurch auch die farben wechseln ist auch kein problem ich habe gedacht jetzt erst mal für den anfang lassen wir das bis auf dem blau bis ihr euch dann entschieden habt so oder welche farbe ihr euch da gerne wünscht wenn es nach mir ging hätte ich eigentlich am liebsten die farbe rot genommen aber rot gab es da ja noch nicht oder gibt es immer noch nicht hätte ich mir gerne gewünscht aber naja man kann halt nicht alles haben wir gehen aber erst mal darüber in richtung küche so perfekt so und dann machen wir den hier fertig nice und dann machen wir da hinten das gebäude fertig so 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 da hinten ist die tür so aber ich finde tatsächlich seitdem wir kettensäge haben geht das alles deutlich schneller umgange gefällt mir auf jeden fall deutlich mehr geil es regnet wieder ich würde sagen wir fangen mit der treppe zuerst an hier ja sobald wir die treppe haben machen wir weiter mit dem gebäude und dann hier oben ja das dach muss ja auch noch gemacht werden da hinten brauche ich ja noch ein dach so so war warten wind das war das falsche was ich jetzt angebaut habe aber egal ja wir zittern jetzt dass wir eben uns hier erwärmen das herrlich wenn die alle jetzt fertig werden und wenn die dann auch alle voll sind mit essen und hier nochmal die 20 nehmen es wird wieder hell 9 habe ich so jetzt nicht erwartet wie da jetzt runterrutsche hallo jetzt können wir eben noch mal einen schluck trinken da vorne ja das ding ist kaputt damit können wir nichts mehr machen das finde ich schade und schon wieder hunger liegt daran dass wir frieren oder wie dann essen wir uns nochmal glückhasen nach warte hier sind wir jetzt fertig glückhasen glückhasen na warte wir haben ja noch knochen die wir hier mit reinpacken können so ah herrlich wenn es fertig ist da freue ich mich schon drauf so noch acht für die treppe sechs dann müsste glaube ich reichen was ich da habe und unser arsch kalt gerade so so da zwei noch dann haben wir den fertig nice na komm so weil die treppe ist durch das heißt wir kommen jetzt ganz locker von der insel zu dieser hier hin und her ganz entspannt wenn wir den hier jetzt auch noch mal die machen dann kann wir der nächsten folge oder so oben anfangen weiter zu bauen dann da 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 kurz Dümdümdümdüm Boah der Wind ist krass Na komm Ja den habe ich noch auf die Tasche Gut Ich dachte ich habe ihn jetzt fallen gelassen Gehzaico Du 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 Du, 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 du. Du, 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 du. So, wieder aus der Puste. Ja, schön mal wieder die Musik zu hören. Habt ihr jetzt wirklich auch in diesen einen Monat die komplette Playlist hiervon. Ob ihr es ja richtig vermisst. Aber im Grunde, glaube ich, fehlen uns noch ein paar Musikkassetten. Ich glaube, es gibt insgesamt acht. So, ähm. Wo ich auch keine Ahnung habe, wo die alle sein könnten. Aber, naja, wir haben immerhin schon mal fünf gefunden. So, da spielen wir mal die drei ab. Haben wir auch lange nicht mehr gehört. Können wir runter? Hallo? Da. Ah, die letzten sieben. Ja, genau so. Oh, ja. Und der letzte. Ja. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. So, dann werden wir das jetzt haben. Warte nur. Ich stelle die gleich einmal kurz hier ab. Kassette 3 haben wir. Machen wir mal Kassette 2. Musste ich hier auch mal mitnehmen. So, dann machen wir den hier fertig. So, schauen wir mal, ob wir schon ein eigenes Dach bauen können. Hier, nee. Hier was heißt bauen. Ein eigenes Dach. Ah. Ja, machen wir so. 28. Ja, okay. Sind dann 28, aber naja. Okay, ist auch in vorne und hinten ein bisschen offen. Aber egal. So, dann gehen wir eben noch ganz schnell was essen. So, dann müsste jetzt auch was fertig sein. Ja. Nice. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich bin's, euer Max Deos. Und ciao. Dann enforcementt ihr sicher. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020